Und das war irgendwo ja auch recht weit am Anfang. Da müsste ich nämlich wohl erst eine andere Stage für gemacht haben, damit die Dinger da weg sind. Und zwar die... Ach ja, stimmt. Und zwar die Blast Hornet Stage. Da lag keine Energie und ich kann nicht schießen. Gut. Oh Gott. Okay, geht auch. So. Yes, genau das meinte ich. So, jetzt überlege ich gerade, ob es jetzt diese Stage war, weil irgendwo fehlt ja noch eine Körperkapsel. Oder die Helmkapsel, eine von beiden. So, jetzt noch in die Tunnel Reno Stage. Dann habe ich alle Herzcontainer. Aber noch nicht alle Upgrades, weil eins fehlt mir noch. Und ich überlege gerade echt ganz arg stark, was das sein könnte. Egal, erst mal holen wir uns dieses. Gut versteckte Upgrade. So, 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 so. So, 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 so. Scheiß Vorurteile und Puppensteine und alles. Bäh. Eklige Gegler. Ich mag dieses Level hier so minutig. So, ich glaube, hier war es. Yes. Und das machen wir mit unserem Freund, dem False Catfish. Denn jetzt können wir ein tolles Erdbeeren erzeugen. Das sieht so aus. Bam. Oh, yeah. Zack. Und da ist es schon unseres Herzcontainer. So und so. Geht weg, danke. Und hier war aber noch irgendwas. Denn hier kriege ich irgendeinen Upgrade. Danke, ihr Scheißteile. Ich wette, später muss ich irgendwann nochmal flüchten. Vor Autsch. Vor irgendwas. Und dann entwende ich 5869 dieser, dieser, ja, wie auch immer man das beschreiben will. Dieser grünen, ich boh mich in die Wand, ich verspäte den Weg, Teile. Kommen, die uns nicht weiterlassen. Aber nein, inzwischen, Boss, habe ich jetzt ja richtig viel Lust drauf. Ach gut, kann ich jetzt schon was. Jihau. Ja, lass uns weitergehen, lass uns weitergehen. Oh Gott, oh Gott. Toll. Es hat. Na, lass mich durch. Oh. Rühbohrer des Todes. So, zack, zack. Na, brauchen wir nicht. Ich kriege das Level ja eh gleich. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier die Kapsel ist. Irgendwann müsste die gleich aber kommen, denn... Irgendwo ist ja oben ja noch... Ah, da ist es ja. Was war das? So. Drei, zwei, eins. Bam. Geschafft. Und da ist es ja. Ein Upgrade. Hallo, Dr. Light. Hallo, was Kapsel X. Take the sensor upgrade for your helmed arm. The upgrade will help you to find hidden items based on the satellite headings. Readings. You should be able to tell the exact location of items using its ground penetrating radar. Okay, okay. Damit kann ich also items localisieren. Sehe ich das richtig? So. Ja. Ach, schön. Das prägt uns jetzt allerdings herzlich wenig. Hä? Gut, wir haben eine Karte. So. Das dürften alle Herz-Upgrades gewesen sein. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die Buddy-Armor. Und ich glaube, mir ist wieder eingefallen, wo sie ist. Auf jeden Fall weiß ich, was ich wo machen muss. Aber ich weiß nicht, wer an welcher Stelle das war. Ne, da war das. Genau. Volt Catfish. Volt Catfish. Unser Volt Catfish-Friend. So, dann... Ah, okay. Dann zeigt er mir das an. Yes, er zeigt das mir an. Ja, ist gut. Mach die Karte weg. So. HALALALA! Gut. HALALALA! Das ist relativ in der Mitte des Levels, wenn es wieder nach oben geht. Das heißt, das sollte schnell gefunden sein. Hoffentlich jedenfalls. So, so, so. Toll. Ich dachte wieder, was wäre mein Energietag, aber nein. So, da oben war der Herzcontainer. Oder hier kommt vielleicht irgendwo der Herzcontainer, glaube ich. Dankeschön. Dankeschön. Ach ja. So. Gleich sind wir da. Da oben war der Herzcontainer. Nichts anderes wäre, glaube ich. Hätte ich vielleicht noch ein Fahrstuhl kommen. Der mich als Ziel bringt. Als Ziel meiner Träume. Die Buddy-Armor. Für mich das ist die Rüstung, die ich als letztes finde. Oh, 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 oh. Genau da. Und dieses Ding, da kriegt man hoch, mit. Nein, damit nicht, aber mit. Ja, tatsächlich, diese Attacke ist auch zu etwas gut. Äh, ja, toll. Mann, was mach ich denn hier für eine Scheiße? Nein! Auch falsch. Ah, da. Gravity Wheel. So, und Achtung. Und da ist die letzte Capsule von Dr. 8. Und das Capsule X. Yes, yes, of course. Take this Armor Upgrade. The upgrade will decrease the damage done to your systems. As you receive damage, your defensive... Your defensive field will be generated to protect you. Mein Gott. Gut. Ich mag es, wenn er nicht zu viel redet. Yes, wir haben eine vollständige Rüstung. Ah, cool. Das heißt, es macht uns nicht so viel Schaden, habe ich recht? So, wir haben aber nicht diese ganzen Roboter da unten, sehe ich gerade. Das ist jetzt etwas Schlimmes. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ist egal. So, ich mache jetzt eine ganz, 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 ganz kurze Pause. Ähm, um die Aufnahme zu cutten und dann in Sigma-Level zu gehen. Oder Doppler-Level, whatever. Naja, also, bis gleich. To be continued.